Ja, über die Brücke kannst du natürlich nicht drüber schwanken. Ja, irgendwie auch unnobig. Ja, doch, ich will über die Brücke drüber schwanken. Ups. Ah, der unten ist fett, fett, fett. Wo hab ich meinen Sniper? Da. Oh Gott, der geht über. Oh Gott. Vorsicht! Die haben Dynamit dabei. Ach du Scheiße. Alter, der ist tot. Respekt. Alter, haben schon die Zombies Dynamit in sich implantiert, ey. Okay. So. Ja. Weißt du was, du darfst? Viel Spaß. Viel Spaß mit dem Fieder. Das Vieh ist weg. Wo? Was geht denn bei die da unten ab? Hilfe! 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 Ich bin schon dabei. Nein! Die Viehs, da sind alle tot, ne? Nur mal so zur Info. Da kommen auch keine mehr. Vitamin ist auch keins, deswegen ist da viele Uplätze weg gewesen. Komm, komm. Du Schreier. Nein. Und sogar Fetty. Oha! Fetty! Das reicht! Halt endlich die Klappe! Genau! Halt die Fresse! Fetty kommt! Fetty kommt! Fetty kommt! Geh ich nicht drauf! Die machen immer Probleme! Boah! Da hat sich umgehauen. Boah! Ich habe einen Schreien gehört. Boom! Da. Was war's? Da ist mal das ganze Zeug einfach mal. 500? Da hinten sehe ich ein Ding. 500? Da hinten sehe ich ein Ding. Ein Schlangensymbol. So. Zack. Getroffen. Ich kann dir gleich sagen wo. Okay. Okay. So. Pass auf. Stoppa. Stoppa. Auf der rechten Seite. Hinter dir. Hinter dir müsste ein Symbol sein. Hinter dir. Ach guck mal. Ich krieg Besuch. Oh. Der hat Dynamit dabei. Super. Du Vollidiot. Du hast auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja. Kriegst du Besuch da drüben? Ich höre nämlich die Geräusche. Warte mal. Doch. Ich habe ein Netz. Das dreht sich auf. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Wo hinter mir? Ich sehe nichts. Das war der hinter dir. Hinter mir. Oh Gott. Äh. Gibt es jetzt eigentlich? Hä? Wohin geht es? Ah da. Ach hier. Steinchen bewegen. Jo klar ne. Weg damit. Also Chris hätte es allein geschafft. Wenn man sich an Resident Evil 5 erinnert. Einfach durch sprinten. Was? Ich höre schon wieder welche. Au. Woa. Hat mich angespuckt. Ich habe hier gerade. Hi. Ist das hier ein Wettlauf oder was? Ja. Überholt ihr mich eiskalt. Hihi. Äh da kommt was. Ja ich sehe schon. Vorsicht der Dümmer. Danke. Ne die haben Dynamit dabei. Ja jetzt haben wir die Hand schießen müssen. Ich will da hoch. Na gut. Vorwärts. Und. Drehen. 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 Alter. Ich habe keinen Bock. Oh. Alter wie viel müssen wir denn drehen. Und. Ganz großes Kino. Uuuh. Uuuuh. Rutschpartie. Ich denke mir jetzt dürfen wir laufen. Ohlott. Ich denke mir jetzt dürfen wir laufen. Ohja. 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 Weg hier. Ah. Hilfe. Fetty. Alle hier vorbei. Ich habe selber hier meine Probleme Für mich ist das hier gerade einfach Besser spielen als du, schätze ich auch nicht dumm an Und tschüss Ach, da rüber Tschüss Tschüssi Tschüssi Tschüss Marc, tschüss War schön mit dir gespielt worden Wir sehen uns dann im nächsten Leben wieder Ah, ganz Fische Was zum Teufel Eigentlich immer wie so Einfach rutschen Einfach rutschen Genau Wenn man jetzt mal davon abzieht Kann ich irgendwie nicht steuern Komm jetzt mal davon abzieht Dass man nichts sieht Und genauso gut aufgespießt werden könnte Das ist eine geile Wasserrutsche Kannst du so schnell schwimmen? Leertaste Wir haben aber nicht ewig Zeit hier, ne? Wie man am rechten Balken Nichts sieht Und so schnell zu schwimmen wie es geht Aber Boah, die müssen aber eine verdammt gute Lunge haben Dass sie so lange die Luft anhalten können Ey, ich kann nicht meine halbe Minute Oder was auch bleiben, ey Auch wenn ich noch so gern tore, aber länger als eine halbe Minute Eine Minute schaffe ich auch nicht Höher konnte ich viel länger Ach, komm Nein Ach, nein Irgendwie viel Zeit Ne Müssten wir irgendwann hier zu einer Oberfläche kommen können Höher Toto, die Zombies Wow Wow Danke Alter Da vorne sind wir welche Wetten, die greifen mich wieder an Ja, war klar Das ist nicht gut Scheiße, 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 scheiße Verlegen Punkte Geil Ja, mir geht die Luft aus Ja Mir auch Verdammt Verdammt Ich bin tot Ja, das glaub ich dir Und tschüss Irgendwie waren wir nicht schnell genug Gewicht unterwegs Irgendwie wo wir Luft holen können Müssen wir gleich mal gucken Oh Okay Da war irgendwo anscheinend mal kurz ein Ding Einfach runter und dann geradeaus Okay Da war wohl eins Das sind so ganz kleine Löcher Sorry Okay, hier kann man Luft holen So, ich bin da Und Ja, ist klar Ja, ist klar Wortwörtlich Ja Oh oh Bup Bup Bup, blup Überleben Sie den Angriff Ist das ein Hai? Jo Ist ein Hai Ja, ist klar Ist klar Die Zeit fleischig Ja Ich hoffe die Lehrtaste gedrückt Und hab richtig gehabt Ich hab gedacht Ey, du dürftest gleich schon keine Beine mehr haben Bin ich ganz ehrlich Ey, ich hab ein Bein Die Zunge erinnert mich irgendwie an diesen Dingstyp Ich seh die Zunge nicht Ich seh die Zunge absolut nicht Weißt du wie dieser Typ aus welcher den Evo 5 aussah Welcher? Ja Ja Und so sieht die Zunge aus wie das was am Ende übrig geblieben ist Ah, okay Ungefähr halt nur dass da kein Gesicht ist Ins andere Auge damit Bin ich eigentlich Ich hab keine Ahnung Ich komm mir irgendwie schleimig vor Ach, du bist doch oben Und nicht hier unten Kann mich nicht umdrehen Ich glaub du musst mir helfen Nämlich wenn das Ding kommen sollte Dass du es abschießt Weiß ich nicht Ich will es nicht sagen Okay, hier ist was Oh, hier ist ein Schlangen-Dings Ich hab Angst Ich hab Angst Warte, hier ist eine Phase Entschuldigung Ich geh ganz gechillt hier lang Ja, ich merk das schon Hallo Der Brücke kann ich nicht brennen Ich hab auch gesagt, dass ich viel gleich kommt Passt du schon, ich glaub an dich Vor allem Unter Wasser gewesen Die Frisur hält Drei Wetter dopft Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn du langsam mal die Tür öffnen würdest, ne? Ich muss doch erstmal zu dem Ding kommen Ja, Sprit ist dran voll vorbei Ich wollte nicht rum Klappe 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 Klappe